90 Tage. Ein Film von Jill Walker. Eine überraschende Komödie über Männer und Frauen. Kirschblüten. Alex, was machst du da? Ich fand das irgendwie interessant. Ich meine, wieso hast du denn... Das ist mein Schreibtisch, also lass das. Was soll das? Was hast du? Das geht dir nichts an. Jeder von uns hat sein Geheimnis. Blues Geheimnis heißt Young Sook. Seit sechs Monaten hat er sich auf diesen großen Tag vorbereitet. Hier sind deine verdammten Klamotten. Shelley. Auch Alex Rossi hat sein Geheimnis. Oder eher ein Problem. Nicht doch! Der Sack ist 800 Dollar wert. Tuschelig! Aber er kann sich wenigstens auf seinen alten Freund Blue verlassen. Hallo. Wie geht's Ihnen? Fein. Danke sehr. Willst du uns nicht bekannt machen? Also, sie ist eine Versandhausbrat. Nein, sie ist keine Versandhausbrat. Du hast viele Haare. Hm? Young Sook hat ein Visum für 90 Tage. 90 Tage, um zu heiraten. Sonst muss sie wieder nach Hause. Haben koreanische Männer nicht so viele Haare? Alex hat sich in eine mysteriöse Unbekannte verliebt. Aber was sie von ihm will, verschlägt ihm die Sprache. Also, mein Vorschlag ist, dass Sie den Samen spenden und wir Ihnen 10.000 Dollar geben. Haben Sie die Probe? Na ja, sicher. Ist das alles? Was haben Sie erwartet? Die Nährgabe-Fälle? Was haben Sie für Pläne? Dann tun Sie es. Was denn tun? Heiraten. Schon bald. Vielleicht in zwei Wochen. Nun, nicht in zwei Wochen, aber... Okay, dann. Okay, dann schlafen wir zusammen, okay? Wer will denn zusammenschlafen? Nein, so möchte ich das auch nicht. Nur weil ich mir darüber Sorgen mache, sollst du nicht sagen, okay, wir schlafen zusammen. Ich möchte, dass dir klar ist, dass es wichtig ist, dass wir zusammenschlafen. 90 Tage. Ein Film von Jill Walker. Eine überraschende Komödie über Männer und Frauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017